Servus, 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 Könnt ihr jetzt mal leise sein dahinten, alle jetzt eure Fressen, bitte. Ja, Dankeschön. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen mit einem schönen Gruß aus Halle, mit diesem herrlichen Sonnenaufgang. Und links von mir kommt der... Kann ich jetzt ins Fernsehen? Nee, leider nicht, aber auf YouTube kommst du. Neben mir, rechts neben mir steht der Markus, oder bekannt auch als Taurisse 182 oder DRG LP. Mein Name ist Jesse LP und ich mache auch Bahnvideos aus der Region Braunschweig. Güterzug mit Vektron! Ihhh! 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 Toi, wir müssen die Kamera kaputt machen. Ehhh! Wie werf man da fährt zu so einem Scheiß? Ich will nur ein Foto machen. Ihhh! 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 Röntling jetzt! Ich muss jetzt zum Thema Röntling, ne? Da fährt ein Dampfspeicher noch vielleicht, könnte ich gar nicht. Oh! Ja! Da kann man die Vektron sehen, MRCE. Die Dampfspeicher noch fährt. Ja. Wenn der wektritt, fährt die Dampfspeicher noch. Ja. Wenn der wektritt, fährt die Dampfspeicher noch. Ja. Wenn der wektritt, fährt die Dampfspeicher noch. Ja. Das war er. Wir stellen den dann praktisch bloß ab da, oder was? Und ja. Der kaputt ist. Achso. Oh! Ich habe gerade eine Nahaufnahme von mir. Oh! Ganz tief ins Auge schauen. Ja! Ja! Tobi, geh aus dem Bild, du siehst hässlich aus! Hör mal auf damit, du selber! Komm, wir spielen eine Runde CSGO! Ich bin mal ein Doppelkind! Ja, wir sind in die Runde. Gewand! Achso! Oh weia ey! Das wird ja eher ein Comedypreis geben, naja! Wir verabschieden uns vor erst mal! Wir mailen uns später aus! Das knallt! Wo wollt ihr noch mal hinfahren? Na, aus Großkabel! Aus Großkabel! Aus Großkabel! Aus Großkabel! Aus Großkabel! Aus Großkabel! Mailen wir uns noch mal wieder! Also, man hört sich und stört sich! Mach, mach, mach. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.